Na komm schon, ich weiß, dass du da bist. Was? Was hast du eigentlich gegen Berge? Berge sind scheiße. Warum muss ich dieses scheiß Asthma haben? Mir fallen auf Anhieb 20 Leute ein, zu denen es viel besser passen würde. Das sieht doch ganz schön aus. Was sagst du? Amelie? Das hat sie von mir. Durch gewisse Stellungen kann man das Atmen erleichtern. Ihr spinnt ja wohl, können wir nicht mein Leben lang schonen und dann plötzlich zum Sport zwingen. Will Amelie mitmachen? Auf jeden Fall. Sie ist die mit der schlechtesten Prognose. Na, wo wollen wir denn hin? Zigaretten holen für Steffi. Ich rauch nicht. Der Platz ist besetzt. Von wem denn? Na, nur guten Laune. Ich habe diese Krankheit, seit ich denken kann. Das kotzt mich an. Wo könnte ihre Tochter hinwollen? Wenn du hoch willst, gehen wir hoch. Hauptsache wir gehen. Scheiße, ne in die Hosen. Geh mal wie Hansbohrm. Wie heißt du eigentlich? Papp. Wie das, was du noch nicht im Gesicht hast. Ja! Ich lieb Gewitter. Du bist echt gemeingefährlich. Das ganze Leben ist gefährlich. Dir ist deins vielleicht egal, aber ich lebe gern. Du bist echt das sturste Wesen, das ich je gesehen habe. Du meinst mal das Mutigste. Du hast solche Angst, dass du gar nichts anderes machst, als den ganzen Tag zu rennen. Ich renne nie. Innen drinnen rennst du die ganze Zeit. Boah, bummst dich, du Kackvogel. Du brauchst mal Luft was fluchen, als wir es atmen. Wenn ich fluche, merke ich, dass ich noch atme. Okay. Du warst du gewiss als mir macht.